Das Musikfestival, also unser Frühjahrskonzert 2014, geht langsam dem Ende zu, zumindest was den offiziellen Teil betrifft. Unser letztes Stück ist der Marsch mit vollen Segeln von Klaus Strobl. Der Tiroler Komponist wollte mit dem Werk zeigen, dass man nicht immer mit dem Strom schwimmen soll. Wir hoffen, dass Sie einen schönen, unterhaltsamen und gemütlichen Abend hatten, schwungvollen Abend, interessanten Abend, einen schönen Abend und freuen uns auf ein Wiedersehen. Alles Liebe. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Yes! Applaus Ich hab's euch mit uns. Applaus Ich hab's euch mit uns. Ich hab's euch mit uns. Ich hab's euch mit uns. Untertitelung des ZDF, 2020